Nein! So. Gut. Hier ist die Wortplatte, das ist schön. Nein, der kommt natürlich wieder. Okay. Oh, stirbt! Stirb, Alter! Bah, das Ziel ist etwas... Ja. Vielleicht sollte ich nicht von ganz weit weg Zielen probieren. So, jetzt Moment, ich bin hier runtergekommen. Ich will aber diese Fische haben. Ich will hier dieses Kringel haben. Alter, was ist mit dir, hm? Freundchen. Du geh weg hier! Ich dachte mir, ich kann nicht töten. Gut. Aber dick will ich auf jeden Fall. Eieieiei, es war wieder zu nah. Vielleicht bin ich ganz normal einer. Ich muss sagen, mich stört, dass es ja echt voll ist, dass hier die Gegner wieder kommen. Kann ich die Kästen aufspringen? Nein! Nein! Hint da? Nein! Stirb! Stirb! Und mach's ja im Boden so hübsch auf immer! Nein! in der Hocke ich probiere natürlich alle was steht da drauf ich bin schuldig der so braun ah ja da guck mal die Schau ja genau, stirb aufsprechen ich kann da rein alter, nee ich kann jetzt nicht in diesen Kasten da rein oder ich brauch die Honigwabe schnell gut wie es aussieht kann ich wirklich in den Kasten rein, schön ja warum auch nicht ne David Jones spinnt hey Banjo da unten kann ich ein passlos sehen sehen wir mal nach Fürst von Fackfack aufgeblähter Angelfisch ach ey was? wer wagt es Fürst von Fackfacks Ruhe in seinen beruhigenden Engel zu stören? oh äh wir bringen nur die Post Fürst fack leg mich nicht an du wolltest beim Passlo stehen und mein Heim aus betrocknen damit ich am Boden liegen bleiben jämmerlich mit dem flossen schlage Verschrumple und sterbe äh etwas in der Art, ja dann erwarte dich ein nasses Kram oh oh frisst mich der? gut so geht es auf jeden Fall mal nicht lass mich lass mich nein ich hasse Gegner wo man irgendwie was tun muss damit die sterben merkwürdig ne ich brauche Eier äh gut ich bekomme hier hauptsächlich Granate, das bedeutet ich musste wahrscheinlich mit Granate Buhh, ein Blitz wahrscheinlich reicht, weil ich die ich muss die Angel treffen ja ich sammle lieber meine Eiervorrat mal auf Fülle meine Eiervorrat auf und ich sag nicht den Blitz, nein nein, nein oh, es wird hell, schön danke tja, haben wir 17 Eier gut schwimm um dein Leben, Banjo 25 perfekt mehr geht eh nicht oh, hallo Freund nicht sterben kriff doch einfach irgendwas nein, ja ich habe irgendwas getroffen nein, ich habe keine Eier mehr, ok Schwimm Banjo, schwimm um dein Leben oder schwimm um deine Eier, wie man das ist auch immer sehen ja gut, ähm ja gut, ähm das ist blöd, dass ich ja immer mal wieder Eier sammeln gehen sollte ja gut, da bekomme ich jeden 10, also mit 10 Eiern müssen wir eigentlich relativ weit kommen ich weiß wieder mal nicht, wo ich dieses dumme Ding treffen muss stört mich eh schon wieder etwas hei, 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 hei es ist so dunkel, ich geh mich nicht raus wo kann ich hin, ja wahrscheinlich sollte ich vielleicht einfach in den Mund reinschießen aber nachdem ich ja keine Granateier mehr habe, weil ich ja schieße, wie weiß ich nicht was ich will doch nur diese eine Honigwabe, komm schon nur diese eine Honigwabe danke ist ja nicht so, dass ich jetzt besser wäre so, schnell, schwimm, schneller Banjo wir müssen dieses ungetüm zerstören quasi in seine Einzelteile zerlegen wie lange dauert das, bis das Körbchen hier wieder kommt das dauert lange, ok ne in den Mund reinschießen? ne, ich weiß nicht, wo ich da reinschießen muss und wo ich hinschießen muss, dass ich den verletze das ist die Flossen ne, ich weiß es wirklich nicht, das tut mir leid keine Ahnung naja, gut probieren wir weiter wo sind die Eier? Eier? hier? Eier ja, gut da ist halt sich zwar ähnlich mehr aus, weil mit zwei Honigwaben wäre ich das Ding wahrscheinlich nicht besiegen können weil der macht jetzt sicher dann ganz böse andere Angriffe auch noch aber naja, hey zumindest finden wir raus, wie es geht offen zu lassen interessant wäre wahrscheinlich auch der Text gewesen, was sie gesagt hat aber naja, das ging ich ja lieber immer dann schwimmt weg mehr Eier brauche mehr Eier zwei reichen nicht aha, so ja gut, ähm ja, ich hab immer noch keine Ahnung wo ich eigentlich treffen muss weiß das sonst irgendwer ich meine, irgendwer weiß es sicher aber ich weiß es nicht Mensch, Mensch, Mensch so, red ich her Freundchen ne, ich weiß es nicht keine Ahnung ah, das ist echt doof gut, jetzt sind wir wieder hier wir fallen immer bei diesem tollen Rüssel raus so, wo ist die Telepath-Platte? hier ist die Telepath-Platte hoch da ja, genau drücken wir B und wir wollen in die Spindhöhle ich will gar nicht mehr sehen ich will gar nicht mehr sehen ach ey das ist gesundheitmäßig aus gut ich hab keine Granate, äh das wäre vielleicht praktisch wenn ich da welche hätte warten, warten, warten jetzt nein alter müsst ihr so schnell wechseln ja, ich schaff's ja eh nicht dass ich mich hier richtig positioniere alter, du dreckst hier ach, sorry wo ist dieses blöde Fisch-Dings? okay, na egal alter, nerv mich nicht nerv mich nicht ich werde gleich ganz aggressiv hier mit dir stirb genau, so gehört sich das haha suizidgefährdete Spezies so, dann schießen wir nochmal schnell hier rauf ja, dann versuchen wir doch den Spaß nochmal, ne weil es so lustig war hey wieder zurück weißt du nicht wer ich bin ich bin Fürst von Fuckfuck und ich werde ihn vernichten müssen ja, toll wow nein, nicht, nicht, nicht nein, 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 nein so, jetzt ist es nur die Frage ah ah, da leuchtet etwas sag das doch gleich da etwas leuchtet wow weg, 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 weg weg, weg, schnell weg holen wir uns Granate ich weiß jetzt, wie ich den Gegner töten kann ich bin so froh ich bin so happy schnell, wir holen uns Eier um unsere Mission zu Ende zu führen ja toll, er schießt wieder leuchtende Sachen das ist mir egal denn es betrifft mich tangier, peripher, tangenziell, peripher was weiß ich, das hört sich komisch an ist egal weitere Eier wunderbar wo, nein, nein, nein hoch da ja, ich weiß, dass Gott sei Dank tut das nicht weh, wenn ich hier in den Fisch reinfalle äh, einschwimmen weg, 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 weg ja, ich hab einmal getroffen, wunderbar oh, weil ich schön im Beulen schöne Beulen war doch nicht schön, Freundchen war doch nicht schön, Freundchen ah, es leuchtet da hinten, deine wo, wenn er möchte schießen, er möchte schießen, er möchte mich abschießen, aber das schafft er nicht, denn ich kann fliehen, ich bin Beijing, ich fliehe immer wo, fliehe immer und fliege mitten in den Rhein, naja, gut hey, ich werde verfolgt der verfolgt mich wirklich, alter, lass das ich fühle mich verfolgt wo tja, hättest du wohl gern, ne wo ist er denn da ist er ist hier die ne die muss ich nämlich auch noch in der richtigen Reihenfolge abschießen feuer feuer da komm schon wenn sich der nicht so unzüglich und unsittlich bewegen würde, genau, bewegt dich nicht so unsittlich, was glaubst du wer du bist wo das war jetzt knapp, aber hey, ich bin ausgewicht ich bin Beijing, ich weiche immer aus so Kamera, würdest du dich bitte für mich drehen ne, Kamera will sich natürlich nicht für mich drehen, weil wir sind unter Wasser, da dreht sich eine Kamera nicht da geht sie, dass ich nicht für eine Kamera sich zu drehen, wenn man unter Wasser ist, ne da muss der Blickwinkel immer schön sein ne da gut Nummer 3 so wie es sich gehört und wir holen zwischenzeitlich wieder mal ein paar Eier weil der Kampf ist so anstrengend wir brauchen Eier, um diesen Kampf bestehen zu können ah, er schießt jetzt mehr auf einmal verstehe ok, gut, hier blinkt nichts guck mal auf die andere Seite auf hier hallo andere Seite fisch, ich mag dich ja prinzipiell auch gerne oh da hat auch prinzipiell oh, ups hey, ich stoße immer gegen den Fisch die, ich stoße immer gegen das Ding, das ich eigentlich besiegen sollte so, ah, da blieb das hallo, Miki gut da blieb das nächste, kann das Klima gleich ist bloß nicht übermütig werden schwimmen, 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 schwimmen so, oh hallo ah scheiße ah, nein, das hab ich jetzt wow so, im Sturzflug nach oben schwimmen ja, Sturzflug nach oben schwimmen ja, Sturzflug nach oben schwimmen das passt natürlich wieder zusammen wie, weiß ich nicht was, egal ich finde ja süß, dass der Gegner mir markiert, wo ich in den Treffen soll weg, weg 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 schwimmen weg Banjo ja das war jetzt aber schon getroffen eigentlich gut, das war gut getroffen so ein Treffer muss er noch einstecken und dann haben wir ihn schnell, wir holen uns noch Eier weil wir brauchen noch ein paar zwei ah, er schießt immer nur noch zwei Blitzer, das ist gut so wo ist die letzte Beule, die wir treffen müssen wenn die Kamera sich etwas schöner mir, ähm, helfen würde, anstatt mich permanent hier zu stören komm, das ist ja echt nicht euer Ernst, oder? wie sollte ich, wie sollte ich das hier vernünftig machen, wenn sich die Kamera immer irgendwo verdrehen denn ich kann ja auch die Kamera nicht, nicht drehen ah, ich kann sie schon, ne ich kann sie nicht drehen ein rei ei ä ey e graviere ja, ist ja, ist ja alles ok Fish, es wird alles gut, keine Angst fuck, fuck verdadband, wie heißt du, fuck, fuck, ne, Vonを super Euh ... Prozent einen schönen Namen. Da muss alles gut werden. Brauchst keine Angst. Ah, das ist genau von meiner Nase. Nein, die war genau von meiner Nase. Ach, ey. Flieht, ihr Narren. So. Ja, das ist natürlich die falsche Seite. Sicher. Ich sehe deinen Fisch nicht. Hier. Ja, aber das mit der Kamera, das war ja damals immer dieselben Probleme. So. Wahrscheinlich, wie ich mein Glück kenne, werde ich jetzt so lange brauchen, bis ich das letzte Ding treffe. Werde ich wahrscheinlich echt sterben. Ich bin zwar jetzt noch voll mit der Energie. Nämlich wirklich voll, voll. Ja. Wo ist... Da ist er. Ei, ei, ei. Und schon wieder nicht getroffen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hole mir wieder Eier. Na, komm schon. Ei, ja. Ei, 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 ei. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Es wird spannend. Es war nie anders. Haha. Banjo-Tui. Ein tolles Spiel. Nicht abschießen. Nicht abschießen. Na, jetzt aber. Alter, wo bin ich? Komm schon. Das war jetzt wohl ein Treff, oder? Ah, ich habe eh die... Stimmt, ich habe eh die Ziehsucheier. Yay. Die wissen ja, wo es lang geht. Ziehsucheier, schießt. Die sind illegal. Okay. Wenn das den Ziehsucheiern egal ist, dann ist es ihnen eben egal. Hey, ei, 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 ei. So. Ja, komm schon. Ja. Toll. Schwimm weiter, komm, sonst schwimmst du auch nicht mehr so weit. Komm, komm. Zielsuche-Eier. Ja, die finden natürlich ein Ziel. Super. Die Zielsuche-Engine in dieser Zielsuche-Eier ist wahnsinnig gut gebaut. Mit denen könnte man jeden Krieg gewinnen. Jetzt dreht er sich natürlich gleich wieder. Ich habe keine Ahnung, wie sich der zu schnell gedreht hat, aber naja. Oh, ich habe einen Schaden genommen. Das ist mein Untergang. Das ist die falsche Seite, oder? Komm schon, trifft, trifft doch einfach. Ja! Na, Gott sei Dank, endlich. Oh, habt ihr keinen Anschein, deinen armen, blinden Fisch zu schlagen? Mit offenen Augen sehen vielleicht besser. Nein, komm schon. Oh! Oh, bitte nicht meine Augen. Ich habe keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Ich wusste, das war nicht alles. Aber gut, die Augen, das kriegen wir hin. Ja, wobei man merkt schon, er wird jetzt schon etwas radikaler. Aber es hätte ja nicht bei den Schuppen bleiben können. Es muss ja wieder eine zweite Phase gehen. Ja, schnell hol die Eier, Banjo, hol die Eier. Oh, der kotzt hier ganz wässliches Zeug. Boah, das war richtig knapp. Nein, komm schon. So, die Hälfte der Energie ist weg. Größer. Ne, dich her. Freundlich. Genau. Ah, hab's gar getroffen. Komm, einmal noch. Ah, das hätte eigentlich funktionieren müssen. Hören. Ja. Alter. Verflucht, das Ganze scheint sich auf den Kopf zu stellen. Ein schmachvolles Ende für meine 100-jährige tiefste Tyrannei. Alter. Boah, das gibt's ja nicht. Das war wieder ein actionreicher Kampf. Doch wir sind zum Glück als Sieger hervorgegangen. Und wir holen uns hier das Paslo. Das erste in diesem Level. Wunderbar.